Weiter geht's mit unserem LP, ja wir machen jetzt den, wissen wir sie nochmal, weil da ist noch ein Quest offen und diesmal auf Experte und so, wir machen es diesmal allein, weil, ja, Cedric ist beschäftigt, also Fire Geno und, jo, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, die Gegner platzumachen, so und weiter geht's. Und ich merke schon wieder, ich hab den Zaun weg, werde ich mich gleich drum kümmern, aber wir werden erstmal die Gegner hier fertig. Und, oh, Zaun. So, und er war, fertig, weg ist er, der, Skobironde. So, weg war er, und dann er auch noch. Oh, wir haben hier oben noch einen, na komm her. Ja. Oh. So, und rauf auf den Echsenmenschen. So, und zack, und zack, und zack, und zack. Das Saurus wird auch platt gemacht, so, und danach dieser Komodo. So, und da war er platt. Weiter geht's. Oh, falsche Richtung. Okay, geht's sogar. Wunderbar. Und weiter. So, Nächster Dungeon. Äh, nicht Quatsch Nächster Dungeon, sondern Nächster Abschnitt. Wunderbar, und drauf. Und zack, zack, zack. Möchten wir mal langsam nachladen mit. Nur so gut wie 16. Und nachladen. Nachladen. So, und weiter. So. Haben wir die Baum, meine geknapperte Baumwurzel, der 18. Möchten wir mal langsam nachladen mit. So. Kumpel 18 und knappe Wurzel 19. Der hat sich seine Mana aufgefüllt, aber das kann noch vergessen, der, äh, 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 fisch. Und drauf und nochmal. Und, na, nachgeladen. Band. Und drauf auf den Gegner, ja. Band, Band, Band. haben wir gleich mal BD-Klinge gemacht und jetzt machen wir noch den haben wir die Kugel 20 und wir holen uns mal hier oben die Blaubeere weil ja Mana brauchen wir jetzt mal ein wenig wunderbar genau Detonation und nachladen nachladen und noch ein drittes mal schon mal höher und vielleicht noch ein viertes mal ok noch einmal so 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 und wir hören ja im Pakt so hat er ja geklappt wunderbar aber springt der Gegner runter? hätte er nicht umblicken können so wunderbar hoch 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 und weiter gehts hoch mit dem ne da haben wir neuen so hat er gegner wird gemacht jetzt müssen wir mal hochkommen ich machs ja in der Stelle vorsichtiger weil ich immer gerne runter gefallen bin an der Stelle na na dufer Gegner so So weiter geht's so und Machen wir die dann nochmal mit Aufladen nehmen mal. Wunderbar. Endboss, man wie geil. Warte mal, dann macht es da. Und... Nein, 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 nein. Mit drei entgegenwirken. Wunderbar. Wunderbar! Unterbarer Blatt! S und S und C und B Da haben wir zwei Quests abgeschlossen Das wird genauso gut gehen, wenn wir mal Okay, Tom war das kann man machen Okay, Mittel 8, das machen wir ja später dann erst So Heißt für mich auf jeden Fall schon, wir haben erstmal den nächsten Dungeon ohne Quests Und wir gehen jetzt mal aus und gehen gucken Piniwand Ob es wieder Quests gibt, die wir vorher nicht hatten Okay, den nehmen wir an Alles andere sind Andere Wiederholungsquests, andere sind PvP Schloss Robo ist wieder ganz das andere Das sollte man schon ein bisschen trainiert sein Und die anderen nehmen wir dann an, wenn wir mal den ledigen Platz haben Oder die ledigen Dungeon So Jetzt werden wir mal mit Tombo reden Willkommen! Wie zum Waffen geht, bist du hier genau richtig Schau dich nur um Und da da Klebriger sagt 28 Belohnung, Anführer, Fäustlinien, oder? Okay Mach mal Das nächste Mal werde ich dir noch schönere Schwerter auslegen Wohl, hat der vielleicht noch andere Quests hier? Willkommen! Ich kann zum Waffen geht bis hier genau richtig Schau dich nur um Ne, haben wir gerade nicht Dann Lass mal die sieben Quests Und machen wir den nächsten Dungeon fertig Komm bald wieder! So Dann Machen wir mal Dungeon Natürlich auf Experte Ich mach nämlich nicht mehr so leichte Sachen Weil Es ist ein gutes Training und man kriegt mehr Erfahrungspunkte Und wir lassen ihn erst mal aufladen So Wunderbar Wir haben so ganz viel Zutaten gerichtet Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit Wir haben sie vom Sport wir haben sie Wir haben sie Gäste Na Wir haben sie 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 Das war's für heute. So, noch mal diese Fledermanns fertig und fertig. So, davon wollen wir achten. Ich glaube, die finden wir auch hier komplett. Wunderbar, und zack, und jetzt ma-ma-ma. So, das war's für heute. Und BAM. So. Nachladen, Angriff, und nachladen, und Angriff, und nachladen. So. 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 Das war's. So. Haben wir auch schon mal zwei von den Lampieren. Dann kommt noch einer. Na komm. Und das war der Drittel. So. Ja, mit dem Sau hier können wir machen wir fertig. Na ja, lustig gewesen, wenn sie sich jetzt selbst angegriffen hätten, aber es gibt sowas manchmal auch. So. Oh, wow. Und, jo, voll drauf. Da hat ich mir wieder Abwehr drauf mit und das ist manchmal echt schwer, solche Leute klein zu kriegen, aber es dauert eben viel länger, aber schafft man schon. Das sieht doch schon mal gut aus, wir haben aber bloß noch drei Räume. Oh ja. Sieht doch wohl gut aus, da haben wir gleich mal richtig paar Gegner weggefetzt. Am besten immer eine Gruppe machen und dann ihre Fähigkeit haben, weil dann reicht es mehrere gleich mit. Wir machen mal schnell hier oben die zwei Viecher. Wechseln sie noch. Der Herr Rinder im Pack. Wunderbar. Unser Mana füllt sich auf durch unser Bett. Wie geil. Wenn wir Glück haben, überleben wir das auch gut. Wunderbar alles hier. Wollen wir mal hier jetzt was drin? Ne. So, wilder Ex-Mensch, ja. So, und Nummer 4 und Nummer 5 von den 4 haben wir schon mal erwischt. Was für ein Vorteil ist das Zielwechsel. Wir können echt nervig sein manchmal. So, und zack drauf und nochmal und nochmal. Genau. So, noch acht weitere klebrige Safts und dann sage ich den nächsten Kurs fertig. Dann brauche ich nochmal zehnmal Leder. Dann ist es mit dem Technikbuch fertig. Also mit diesem Buch der Technik. So, und. Der Klebrig, wie gesagt, ist ein Epic-Quest. Die Vampire ist ein Neben-Quest, würde ich sagen, ja. Und diese verwandten Wurzeln kriegen wir wahrscheinlich nochmal in den Dungeon, aber. Wenn wir mal sehen, sind wir noch nicht fertig. so. Bam, weg waren sie. Und wir bringen uns auf 13 wieder. Na, du blöder Vampir! Und dann machen wir 6 von 8, dann waren die Hammer schon wieder eben. Die Kiste ist weggepackt, halloi. Ja, Verfolger, ja, Leg war da einer. Wir haben, glaube ich, den Dunkel abgekriegt. So, Quest mit den Namen hier noch, fertig. Also, dein Quest oder dein Drachennest Teil 2. Okay, jetzt hat es mich mal hingereckt. Aber ich geh halt mit sehr wenig, ähm, HP auflöschen im Dungeon. Weil, ja, ich kauf doch nicht nur nötig, im Prinzip, weil ich sie eigentlich sonst nicht brauche. Und ich meine, jetzt will ich lieber stellen, geht's weiter. So. So. Wunderbar, jetzt muss ich mal noch ein bisschen aufladen. Dann kommen wir noch einmal nachladen und wir auch noch einmal. Wir beim Bus stehen, macht Bus auf jeden Fall. Ich denke mal, das schaffe ich mit dem Pakt. So. So. Plus S, Plus S und volles Inventar. Wie geil. 42.000, okay. Über die Hälfte schon. Ich verkaufe Waren und Reisende. Da haben wir eine Quest auch erfüllt. AP Cut McKen, da müssen wir nämlich nochmal durch. Wir sind aber glaube ich nochmal raus, weil... So. Ups. Drachen ist Experte, 15 Minuten. Ja, machen wir es mal. So. Ich mache nämlich erst dann die anderen Menschen, weil manchmal können die Quests sich genau so verliegen, dass man sie gleich hintereinander machen kann. Und dann hat man gleich mehr, oder? So. So. Wow. So. So.